Das versprochene Update von REW ist angekommen, die Version 5.30.4 ist raus und da sind jetzt auch die ATF-Filter drin. Ich bin der Thomas, ich mache seit 2004 in meiner Freizeit Car-Audio und heute nochmal ganz ganz kurz eine Wiederholung von dem PC-Tool-Video, wo man quasi sieht, wie man aus REW die Sachen direkt reinkriegt, aber jetzt mit den richtigen Einstellungen, die es in REW gibt für ATF. Deswegen springen wir direkt einmal kurz auf den Rechner und machen da weiter. Wie ihr seht, ich habe auf meinem Rechner schon das DSP-PC-Tool auf, bin hier im linken Tiefton-Kanal, bin im Solo-Modus und habe die Flanken quasi schon gebildet. Das heißt, Tief- und Hochpass funktionieren und so sieht aktuell die Messung aus. Das heißt, ich habe hier so ein Gewabbel, aber die Flanken werden ordentlich angezeigt. Das, was ich jetzt machen will, ist die Equalizer-Funktion in REW. Die mache ich jetzt einmal mal auf und unter Manufacturer, also Hersteller, haben wir jetzt die Möglichkeit, hier Audio-Tech Fischer auszuwählen. Wählen wir einmal aus, dann haben wir verschiedene Modelle. Modelle sind quasi die EQs, die wir haben. Wir können den vollen EQ nehmen, wir können nur 15 Binder nehmen, wir können den Input-EQ nehmen oder halt den EQ mit Tone-Control für, wenn wir die Fernbedienung dran haben. Also ich habe hier noch nichts drin, also wähle ich einfach mal den Full, wähle jetzt wieder den Speak-Driver, Speaker-Driver und stelle mir halt einmal die Kurve ein, wie ich sie jetzt mit meinen Weichen und so vorstelle. An der Stelle 60 Hertz bis 1100 Hertz. Relativ steile Trennung, die hier gerade gewählt wurden, aber ja, das passt soweit zu der Messung, die ich hier habe und das funktionierte ganz gut. Dann gehe ich nochmal runter. In den Filter-Tasks kann ich nochmal einstellen, von wo bis wo der Filter laufen soll. Dann kann ich noch einstellen, wie viel wir boosten wollen. Und dann, ja, wie genau die Kurve sein soll auf 1 dB genau und dann klicke ich halt quasi aufs Knöpfchen und jetzt rechnet er mir alle Filter aus. Insgesamt hat er jetzt zwölf EQ-Bänder gefunden, zwölf EQ-Bänder komplett verteilt über das komplette Teil. Wir gucken uns die einmal an. Hier haben wir die ganzen, das heißt von 76 bis 1100 Hertz haben wir die EQs. mit, ja, teilweise Minus, teilweise Plus, also das passt soweit schon alles. Und dann können wir auf den Kopieren-Knopf drücken. Wir sehen, unten fängt es an zu blinken, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen die Fenster zu, gehen jetzt in unser DSPPC-Tool und sehen, dass der Import-Assistent schon auf ist. Hier haben wir die Möglichkeit dann noch einzustellen, ab welchem Band wir es importieren wollen. Ich will jetzt 5 und dann klicken wir einmal auf OK und dann, ja, sind die Sachen hier quasi schon einmal rüberkopiert. Das heißt, wir haben den EQ-Filter von REW jetzt übernommen und, ja, weiter würde es jetzt gehen mit der nächsten Messung. Wenn ich jetzt im Auto wäre, würde ich jetzt halt wieder mit dem Messmikrofon langgehen und gucken, inwieweit die Filter alle gewirkt haben, ob das soweit alles passt, was REW da ausgerechnet hat. In der Regel läuft das ganz gut, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo, ja, das einfach Auslöschungen sind oder sonstige Sachen, Reflektionen, die man nicht einfach so mit dem EQ begradigen kann und dann kann man natürlich rangehen und das wieder zurücknehmen. Ein komplettes Tutorial übers Einmessen, übers Wedeln ist in Arbeit. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich versuche das irgendwie in eine Serie zu packen oder so, aber das wird auf jeden Fall kommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst einfach ein Abo da und das würde mich sehr freuen. Dann verpasst ihr keine Neuigkeiten. Ansonsten, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, was ist das überhaupt mit diesem DSP? Wie funktioniert das? Was bringt mir das? Dann guckt euch einfach das nächste Video an. Es würde mich freuen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.